Professionelle Anmord. Moin moin und willkommen zum Weihnachts-Special der Chaoten mit Josch, Luisa, Shams und mir. Hallo. Ja, der Julia muss das anmoderieren. Wir spielen Skribbeljo. Er hat das Pop-Schutz P war sehr präsent. Mit weihnachtlich Custom-Works. Ja, einfach hier. Da kommt Birdie. Weihnachtlich Christmas. Birdie ist schusengefahren, du Planke. Pass auf zu Weihnachten, ne? Planke. Warte mal, nee, das schreibe ich jetzt nicht. Sorry. Ah, warte mal. Nee. Ah, warte mal. Das ist... Head. Ah. Ah, warte mal. Nee. What? Ja. Okay, krass. Nee. Okay. Nee, ist okay. Nee, ist krass. Kling-Glöckchen. Dann schreibe ich noch mal, warte mal. Kling-e-ling-e-ling. Auch nicht? Ja, es ist... Ah, schön. Bümel... Oh, ich wollte Bümelümmelümm schreiben. Bümelümmelümm. Oh, ist das... Bümelümmelümm. Ist das das türkische Weihnachtsfest? Entschuldigung. Äh, warte mal. So, ich fang mal... Achso, ich nehme erst mal einen kleineren. Oh, das ist ein langes Wort. What? Das ist dein Ernst? So, das ist ein sehr schöner Mensch. So, der hat eine Mütze auf. Geh mal einen Schluck aufstehen, Jürgen. So. Der hat... Fuck, es... Nein, nein, ich muss schnell... Warte mal. So, der hat eine Tasse. Da ist so... Oh, ich habe das nicht hochgestellt mit der Zeit. So, und da ist so eine... So. Und da geht ganz viel von dem... War von Flöten. Ah. Und da ist noch so ein Baum. Fuck, muss man sich vereinen. Was ist das für eine Scheiße? Tja, ich kann das. Hat sich das nicht hochgestellt, die Zeit? Ich musste im Video schauen. Ja, aber das... Wenn einer halt was arrät, dann geht da die Zeit... Ne, 90 stimmt schon. 90. Wenn einer die Zeit... Wenn einer das hat arrät, dann geht da die Zeit runter. Also, Jürgen, darf es nicht so schnell sein. Ja, ne, ich hätte gerne erst mal... Erst mal was ganz anderes gezeichnet. Das... Ja. Okay. Nein. Josh, hättest du einfach die Buden gezeichnet... Ja, genau. Damit wollte ich anfangen. Ich hatte schon das braune Ding in der Hand, aber... Also, ich hätte das ja anders gemalt. Ja, ich eigentlich auch. Aber ich wollte erst mal so einen Besoffenen auf dem Weihnachtsmarkt malen. Halt der denn jetzt da in Gelb rum? Ähm... Warte mal, jetzt ist das dritte Ding, was irgendwie... Äh... Ja, stopp. Watt. Äh... Ah, warte mal. Ne. Ja. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Nee, jetzt sing mal nicht, weil das ist wahrscheinlich so ein subtiler Hinweis. Ich hab keine Bock auf subtile Hinweise. Da kommt man sich so richtig doof vor, wenn man sich das Video anschaut und das nicht checkt. Pass auf, Josh, das haben wir als Kinder alle geschrieben. Ja, will keine Hinweise. Äh... Mathe-Klausuren. Noten, Schlechte. Keine Ahnung. Ah, ja, okay. Da bin ich echt nicht drauf gekommen. Das haben wir als Kinder alle geschrieben. Noten, Schlechte. Ja. So langsam wird's aber schon... Das hab ich absichtlich geschrieben, weil das hatten wir schon mal. Äh... Keine Ahnung. Nimm mal das, ja. Und dann muss ich tatsächlich überlegen... Das ist ne... Den haben wir auch schon mal gehabt. Warum kann ich das? Warum kann ich hier? Alter Latz. Der macht mir... Ich darf hier keine... Warum nicht? Darf ich kein Profit reinschreiben? Steht da der da? Ja. Ääh. Der sieht halt aus wie so ein toter Fisch. Da haben wir die Geräten rausgezogen, ne? Romantisch. Ah, fuck, ich weiß das so. Tannanthapfen. I know it. Sag mal, was ist das für ein Riesenmistelzweig? Da sind doch so Bubbels dran. Was ist das für ein verrotteter Mistelzweig? So, guck mal, hier haben wir ein altes Gemüse aus dem Garten. Küsst euch mal, ihr Säcke. Äh. Ja, äh, genau. Wett. Ach, das ist Birdie wieder, weil das so... Weil das so langsam geht. Genau, so kunstvoll. Weißt du, ich mach's so so... Was könnte denn das sein? Äh. So. Wett. Keine Ahnung. Ja. Wett er sein können. Äh. Guck mal, ich hab sogar WhatsApp OBS im... 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 Naja, für die Banausen unter euch kann ich's auch gleich nochmal anders machen. Keine Ahnung, was das sind das? Aha. Ich hätt das anders gemacht. Ja, ich auch. Ja. Ob wir es einfach zu minder bemittelt bin. So. Da ist die zweite Variante. Was soll das denn sein? Ich hab doch sowas wie Tannenbaum gesch... Ne, mich nicht. Ich hab das... Du hast... Tanzen... Tanzen... Bautzen geschrieben. Tanzen... Ja, ich hab das geschrieben. Tanzen... Sehr gut. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt auch alle einen Tanzenbautzen zu Hause stehen. So, weil ich nicht malen kann. Ne, weil du nicht schreiben kannst, Josh. Ne, von du steht nicht dabei, Julian. Hä, ich hab doch grad was getippt. Ich kann das echt nicht. So in der Art. Das passt schon. Ähm. Ähm. Mann. Ich bin stolz auf meine Zeichnung. Sie sieht schön aus. Ich hab's nur durch das S, was ich da als Vorschlag stehen hatte. So, und das da hängt damit zusammen. Das ist quasi wie... Also, Josh... Das ist quasi das da, nur anders. Ich hätt's ja anders gemacht. Nee. Okay. Ja, Julian hat's verstanden. Ist es so schlimm, ist es schon schlimm, gell? Ja. Ich hätt's anders gemalt. Also, ich sag mal, die Dimension stimmt nicht ganz. Was? Warum? Das ist ein sehr erwachsenes Kind. Alter. Josh. Josh, das ist ein Kind. Kein erwachsener Mensch. Hey, ich stell mir das immer als so eine Frau vor. Das Christkind ist ein kleines Baby. Nein. Doch. Jesus. Aber das Christkind, was dir geschenkt gebringt, ist kein Kind. Mach gleich Rage Squid. Alter, F4. Du musst aber bitte doch FN drücken, das weißt du schon. Ist egal. FN, Alter, F4. Wer kennt das nicht? Ah. Nicht. Warum kann ich hier nichts schreiben? Ach so, okay. Das dauert einfach ein bisschen. Äh. Äh. Das ist mega kreativ. Äh. Äh. Auch nicht. Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung. Warte mal. Äh. Äh. Ja. Wo ist das laut? Ist grandios, oder? Ähm. Super, ich hab's an der Wortlänge. Äh. Äh. Darf Huck. Ähm. Ähm. Du musst es anhand der Wortkommunikation. Adventskranz, guck mal, ist auch so ein Wort, das hätte man nur mit reinnehmen können. Schade. Hm. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ja, gibt, gibt übrigens, äh, von, von Ekel Alfred, also ein Herz und eine Seele, gibt's, äh, eine Folge, die heißt so. Das ist, das ist ne brennende Zange und ne Schüssel. Ah. Ja, das ist ne fancy Christmas healthy bowl, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, wir sind ja high kompetent hier am Start. Ich muss mich definitiv bessern, ich war mal erster in Scribble, Jo, immer. Ist wieder blau? Ja. War ja auch blau, Josh. Ja. Wir müssen das erstmal blau machen. Ah, warte mal, äh. Nee, schade. Achso, äh. Warte mal, das kenn ich von irgendwo von vorher, aber irgendwie. Äh, keine Ahnung. Vielleicht bisschen, bisschen dicker. Keine Ahnung. Äh, ah, warte mal. Hm. Nee. Was? Warte, fuck. Das ist echt. Und den, den, den Baum müssen wir uns jetzt in ganz vielen, vielen verschiedenen, äh, also ganz vielen verschiedenen... Wir haben jetzt zwei, dritte Ruhmme, wir haben jetzt ne weiße Fläche und ne blaue Fläche. Äh. Mann. Äh, warte. Das ist T. Warte. Äh. Hm. Hä? 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 Soll ich jetzt noch mehr Punkte hier machen? Ich hab keine Punkte. Ich hab keine Punkte. Ich auch nicht. Ich mach ganz viele Punkte überall. Das sind keine Punkte. Ganz viele weiße Punkte mach ich hier. Hä? Du malst grad einen Baum. Der ist schon längst gemalt. Nee, du malst den mal. Ich hab nicht an. Jetzt mal zu den Punkten. Jetzt kommen die weißen Punkte. Jetzt sind... Winterprache. Winterprache. Oh, interessant. Was ist denn das für ein Wort? Was ist das für eine Synchronisierung hier? Ja, grad ist das Internet echt scheiße. Das ist das gesamte Bild da. Die Server sind langsam von denen. Okay. Äh, ja, nachdem was er das überträgt, aber es... Keine Ahnung. Das war mal Echtzeit. Ja, eben. Also irgendwas haben die da gemacht. Äh. Wenn man so testweise... Mal mal rechts oben einen Strich. Also sag jetzt dazu, wenn du ihn malst. Okay. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Auftrag ist eine Bearbeitung. Dies können wir immer einigen Mut in Anspruch nehmen. Äh. Der Strich ist immer noch nicht da. Der Strich ist immer noch nicht da. WTF? Was ist mit Skrippichu los? Bei mir malt sie gerade jetzt was schwarzes. Jetzt fängt schwarz an, ja. Ja. Sie malt auch gar nicht so langsam. Nee, ich bin schon fast fertig. Wenn ich ehrlich sein muss, sehe ich nicht. Hä? Keine Ahnung. Äh. Ich auch nicht. Hä? Sag mir gar nichts. Ja, was hat denn alles einen Heiligenschein auf, Leute? Äh. Der Bekanntes Kind hatten wir ja schon. Ja, was gibt's denn an Weihnachten noch alles? Äh. Ah. Ja, die 0 Sekunden. Weihnachtsengel. Klar. Sicher. Hab ich doch aber schön gemalt. Ja, aber ich hab's, ich, ich, seh ich nicht. Ich hätt das anders gemalt. Äh. Deine Mutter. Deine Mutter malt auch anders. Ich hätte tatsächlich die klassischen Engel gemalt. So, äh. Ähm. Was für verkrüppeltes etwas wird das? Wenn das nicht verkrüppelt, das ist schön. Äh. So, fertig. Easy. Ey, ich hab das zweimal eingegeben. Das ist einfach nicht gewertet. Vielleicht hast du auch Engelshaar eingegeben. Nein. Ja, bei mir hat's auch ewig gedauert. Ich musste auch dreimal Langosch eingeben und das war dann halt falsch. Ey, ich hab Videobeweis. Du hast nix aufgenommen. Du hast nix aufgenommen. Oh, der hat nicht reagiert bei mir. Das ist frech. Ja, find ich. War Lametta das Wort. Ich hab's dreimal eingetippt. Hatte ich auch schon. Ich hab vorhin auch mal Plamke Doppelpunkt P eingetippt. Hat er nicht genommen. Aber man darf keine Punkte eingeben. Das muss ich denn das hier nehmen. Nee, das glaub ich gar keine Satzzeichen. Nee, der nimmt keine Antworten mehr von mir. Oh, ja gut, du musst es auch malen. Nee, du musst es malen. Dann machen wir mal kurz F5 bei dir. Ich find's auf jeden Fall gut. Nee, ich nicht. Ich hätt das anders gemalt. Pfff. Kannst du gleich mitraten? Ja, ich seh wieder was. Tipp. Ja, aber Tipp schreibt man so. Ja, jetzt habt ihr die Scheißpunkte. Äh. Ja, das ist, ähm, lecker. So. Nee. Äh. Hm. Ah, scheiße. Hä, was? Vor allem, er malt das halt so, 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 bedächtig aus. Ja, eigentlich, äh, mal ich schneller. Aber... Nee, seh ich nicht, Julian. Aber selbst wenn, what the fuck soll das sein? Ah. Kann er irgendwie die Qualität herunterstellen? Das ist nicht so... Ich hab's. Das hat nicht so viel... Ich hab's geraten. Und ich seh genauso viel wie du auch. Ja, ich sag ja, dass ich keine... Ah, ah, das hatte ich vorher schon mal zu aus... Nee. Auch nicht. Ich hatte das aber vorher mal. Das muss doch das sein? Oh, okay. Ach, der Festtagsbraten. Siehste, ich war schon sehr nah dran, ein paar Mal. Ja, beim Weihnachtsteller gab's vorher auch als Auswahl. Ja, die anderen beiden wären Wunschzettel oder Christkind gewesen. Oh, das Christkind hätt's ja malen können, die wieder. Ja, oder Wunschzettel, hab ich beide schon gemalt. Ja, der Wunschzettel war vielleicht unter Umständen nicht so im Video, wie das vielleicht hätte... War der das nicht? Weiß ich nicht. Nee, in dem auf jeden Fall nicht. Also in irgendeiner der anderen drei Videos, die natürlich alle existieren. Äh. Feuer mit zwei R. Ähm. Äh. Ähm. Jetzt? Jetzt wird's mir. Eindeutig Snake. Ah, irgendwas mit... Ah, okay. Ja, easy, oder? Ja, ich würd's auch schon sagen, easy. Ah! Wirklich easy. Vor allem das technische Accessoires am rechten Bildschirmrand. Lichter Kettwö vor allem. Lichter Kettwö. Lichter Kettwö. 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 Round 4. Round 4. Wow. So, das tun wir uns acht Runden an. Oh, Birdie. Birdie. Achso, Birdie ist ein Minus 1. Bissensweise paar... Minus 1. Ja, ja. Return... Minus 1. Weil, jetzt nimmt er von mir keine Antwort mehr an. Einmal erfüllen wir dann die Punkte weg, aber scheiß auf Punkte. Nee, ich will meine Punkte behalten. Oh, mein Gott. Äh. Ach, guck mal. Meine Antworten kommen jetzt alle nach und nach. Das ist einfach. Was kann das sein? Oh, komm, das erkennst du an der Form schon. Nee. Hä? Ja, fast, Josh. Fast. Das, was du meinst, ist aber eher rot. Äh. Keine Ahnung. Okay, dann bin ich eindeutig inkompetent. So. Warum dauert das so... Na. Hä? Wenn der Bratapfel noch so rot ist, dann ist da aber irgendwas... Der ist braun. Der ist braun. Okay. Okay. Aber wenn ihr das sagt. Sei deutlich braun. Äh. So. Ja, ich hab aber noch nicht angefangen. So. 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 Boah, jetzt fängt das schon wieder an. Wart so langsam. Nein, ich... Der nimmt meine Antworten wieder nicht. Ja, wenn wir jetzt zum 10. Mal... Meine kamen dann vorhin auch erst später. So, fertig. Keine Ahnung, da kann man dann... Nee, ich seh nur den Julian, seine Antwort. Kann man da mit sowas... Ja, das dauert ein bisschen. So, da kann man da mit sowas... Kann man dann da... Ich seh das wahrscheinlich halt noch nicht so schnell. Kann man dann da so machen. Und dann das wiederum... Auf... Julian, was schreibst du gerade? So wat liegen. Bei Weihnachtsgabend hab ich jetzt geschrieben. So wat. Und... Dann hat man halt da so was drauf liegen. Nichts. Nichts, deine Antworten kommen jetzt. So was. Und... So was. Was man halt auch dazu ist. Ich hab noch nicht... Erraten. So, weil er weiß ich, dass hier das ist, äh... Absolutly relevant. Ach, hab it. I don't have it. So ich simpst, die hat nicht aus. Ach, nee, das ist actually quite good. Das Wort hatten wir aber schon. Ja, natürlich, wir hatten die alle schon. Ah. Aber Festtagsbraten hat Julia noch vorhin gemalt. Ja, nur anders halt. Ich wollte eine andere Interpretation dessen, äh... Kredenzen. Auf unseren völlig leeren Teller. Hm. Äh. Ja, Tatsache. Okay. Gut. Ja, da sind immer wieder alle dabei. Natürlich. Ja, beim Saufen. Da sind sie wieder alle da. Ja, natürlich. Im Frühjahr Weihnachten. Ja. Ich müsste ich mir so Weihnachtsplanke oder so in die Zwischenablage kopieren. Äh. Äh. Nee, die Farbe ist falsch. Nein, das ist falsch. Was? Nein. Nicht? Hä? Wir machen auch spannenden Content, nur nicht hier und heute. Hä? Wollten Sie schon mal Leute hä sagen hören, dann sind sie... Ja, wartet noch neun Sekunden, dann weißt du, warte ich... Natürlich. Ich wollte auch. Ach so. Ich wollte den auch mal malen. Sehen Sie heute vier Interpretationen des Wortes Festtagsplanen. Dagegenfalls, ich meine Interpretationen aber gar nicht so schlecht. Okay. No offense. Ja, dann machen wir das doch so, ne? Ach, jetzt weiß ich, warum ihr gesagt habt, dass... Ja, okay. Boah, ich bin heute echt langsam beim Denken. Ja, da wollte ich auch grad schreien. Äh. Keine Ahnung. Ich bin schon der Meinung, ich mal das echt gut. Ach, ich... Ach, ich... Äh... Ich hätt's anders gemalt. Ich find's prinzipiell schon mal gut. Ja, ich glaub, Bronk auch. Ich hätt's doch direkt ein anderes Bild im Kopf, oder? Äh... Äh... Ach so, aha... Hm? 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 Siehste, Jörg, aber man hat doch direkt ein anderes Bild im Kopf, oder? Ja, Tatsache. Also, ich hätt jetzt eher so... Er hätt's auch anders gemalt, also... Wirklich. Ich hätt... Ich hätt... Bronk hätt's auch anders gemalt, aber... Ich hätt jetzt eher so den... den South Park-Jesus gemalt. Ja. Ähm... Wer auch immer der South Bart-Jesus ist. South Park. South... Ich weiß. V-V-V-Park. Dein Ernst? Nee, das ist jetzt das Wort. Nee, es ist nicht. Ah. Auch nicht. Weiß auch nicht, wie das aussieht, genau. Ah, nee, die sind so irgendwie, ne? So. Nee. Ich denke aber, dass die ausgemalt sind. Das ist, äh... Seid ihr schon bei den nicht ausgemalten Elementen? Ja. 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 Wir wundern uns. Ich bin nicht so... Wir sehen krüppelige Blätter. Okay. Hm. Na, komm mal, das hat erst noch solche. Aha. Hä, das ist jetzt obvious. Aha! Einfach nur, weil ich's gesagt hab, ne? Nee. Hä? Das ist nicht so schwer. Das war cool, hab ich vorhin auch gerade geschrieben. Warte, ihr müsst euch einfach ausgemalt denken. Und das sind wirklich so original da. Das sind original, aha. Die sind Natur. Ja. Ja. Ich find's schön. Alternativ auch sowas. Das ist mir egal, aber das hier ist eigentlich richtig. Ich bin zu langsam. Ach Gott. Ja, ich wollt's auch gerade noch schreiben. Ich hab den Stern noch gesehen und dann hab ich gedacht, Weihnachtsstern. Ja, war schon scheiße, aber... Da war ich aber zu langsam. Warum hast du nicht einfach einen Stern gemalt, Mann? Ja? Nein, das ein Weihnachtsstern ist. Das ist ne Pflanze. Ach so! Ich hab denkst, bei Weihnachtsstern aber an... Ja, das war aber weit entfernt von der Weihnachtspflanze. Ja. Das war wieder ne Weihnachtspflanze. Der Weihnachtsstern ist in meinem Kopf auch eher rot. Ja. Nee, der ist roh. Ich hab rot und grüne Blätter gemalt. Der hat rote und grüne Blätter. Ähm. Die roten Blätter sind aber sternförmig ange... ...dingst. Wuh, 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 wuh. Deswegen heißt er ja Weihnachtsstern. Äh. DHL-Paket. Bin zu faul, jetzt mehrere davon zu malen. Ach so. Ich will jetzt zu faul, den Herre zu malen. Der macht halt schon lowercase. Das hab ich nicht gesehen. Also man braucht auch nicht großschreiben. Schade, irgendwann muss es doch mal, dass wir uns dunkel ist. Äh. Äh. Ja. Habit. Weihnachtsstern vor allem. Weihnachtsstern. Das sieht jetzt wieder aus wie so ein halbhofer Fisch. Das rechts. Lieber Herrschwein. Warum hast du es denn da falsch? Hä? Ja, weil... F-L-O-C-K-E oder bin ich behindert? Ja, der James verkünstet sich gerade. Nee, aber was ist denn... Ah, Mann, nee, die Mehrzahl-Josch! Schreibe ich den Schneeflocke? Du musst noch ein Ende ranhängen. Es sind mehrere. Ach, keine Ahnung, was ist der Scheiße? Nee. Ich bin locker. Was weißt du, warum ich dich gerade aufgeregt hab, Josh? Ich hab das dreimal geschrieben, das Wort. Ich dachte, ich bin zu doof dafür. Oh, das geht aber schnell. Wer malt denn das Birdie? Jetzt geht es aber performant hier, du. Äh. Weil ich das Wort schon viermal vorgeschlagen bekommen hab. So. Das Spiel macht einen fällig. Prost. Mr. Krabs. Ja, das ist aber eine gute Darstellung davon. Also, da kann man schon mal ein Like für da lassen. Ach so. Das ist definitiv schon mal... Natürlich ist es das Tool und nicht die andere Kacke. Du hättest auch was anderes malen können. Eine Faust und... What the fuck ist das eine Weihnachtsschere? Eine Weihnachtsschere. Oder so einen russischen Nussknacker. Ja, aber der war mir zu aufwendig. Ich hätte eher... Ich hätte das anders gemacht. Oh, das ist der fein. Oh, ich hab... Oh, ich bin jetzt... Ich hab voll aufgeholt, ja? Ah. Nee. Nee, mei... Auch nicht? Ja. Easy. Hätt ich zwar anders gemalt, aber easy. Tann... Ah. Alter! Ach so, äh... Tannernadel. Boah. Guck mal, ich hab extra zwei Pfeilenden. Da, da. Hab ich das blicken Blu da geschrieben? Und ich hab Blu da hingeschrieben. Oh, Gott. Tannernadel. Ich hätte es anders gemalt. Tannernadel. Tannernadel. Oh, mein Gutes, ey. Ja. Oh, was denn? Halt... Ach so. Nee. Easy. Der hat schon so gelacht. Ich wusste es. Ach so. Warte mal. Das war das hier. Mann, das selbe Bild nochmal Okay, das selbe Bild Vor allem Fristagsbraten ist close Es ist ein Wotterhammer Es ist eine Pracht Es ist eine Pracht Josh, ich hab dich noch überholt Okay, und mich abonniert Auf YouTube Das Wort hatten wir heute aber noch nicht Doch, hatten wir Da hast du gesagt, ich hätt's anders gemacht Gut, okay, das hast du zu jedem Wort gesagt Doch, das hatten wir schon Hä, what the fuck Oh je, oh je Der hat so viel Feuerzangenbowle getrunken Der ist schon gekentert, der ist schon im Januar Was? Nein, nein Was, Tannenbau, komm Was willst du aus Tannenbauern Was willst du aus Tannen denn bauen? Oh Gott So, das ist das erste Wort Äh Kommt, das zweite Wort Hm Doch, ne Okay Ah, warte mal Nee Hä Ganz praktisch Wenn man die Worte kennt Kann man sich das herleiten WTF Stockstern Ich hätt's anders gemacht Aber das ist auch gut Du hast dir das Kalender geschenkt Was war das? Ja Das Bier Was Süßes Eine Challenge Das war in dem Glas drin Im Glas In dem Gewürzglas Er hat's mir Zimtstangen geschenkt Äh WTF Okay, das hat mir jetzt alles irgendwie noch nie so wirklich Ist gut Versuch uns 3D zu malen Wird mir nicht gedingen Mhm Ist ja so, sind so, so Aha So, und da sind dann so Dinger drauf So, zum Beispiel So was Okay, ihr wisst, was ich meine So, und dann geht man damit So was hin Was so aussieht So Ja Mach dann einmal So Und dann gibt es quasi was, was später So aussieht Nein Oh, dieses Scheißdrecks Wenn da ein fucking Pixel nicht da ist Dann macht's das ganze Scheißbild Die Schere hat's rausgerissen, Josh Glaube ich, die ist einfach geil Äh Achso, äh Fuck Hä Easy Hä Achso Hä Hä Ja, okay Ja, 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 ist okay Was Ah Gott, bin ich schlecht Gott, wusste ich nicht denn mal Herr O'Neil ist Schuhsinge-Wörth Schuhsing Ist es, wenn du quasi in deine Sandalen brüllst Ähm Ähm, 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 ähm Ja komm, fangen wir mal Ich mach das mal zweigeteilt Bei dir, die hatBT Why the Geht das voll smooth auf einmal Mhm Äh Äh Ähm sowas in der Hand sieben gefährlich nicht nach Hand aus wenn ich ehrlich bin und der Sinn über also es ist doch mal was mit W die in meiner Welt ist es zumindest so dann ist da sowas drin und kommt da am Ende was so rum und keine Ahnung so vor allem das Ding sieht irgendwie so und vor allem gibt es da so manche Sauerei das ist natürlich durch ihr Weihnachtsbäcker habt ihr den Rolf mit seiner Gitarre nicht erkannt? ja du hast den Rolf viel zu lang gemalt dann schon Birdies Schuhe in der Welt ja das hat man alles schon okay dann nimm was und mach es drin kreativ und gib uns keinen Tipp dass es schon mal da war Weihnachtsbraten ja ach so Festtagsbraten war es stimmt ich mach jetzt den Gronkh ich mach jetzt den Gronkh ne der Gronkh macht das schöner ja der macht das schön äh ach so alter das ist wirklich der Gronkh alter WTF das sieht doch nicht so also sorry also WTF also ne das ist vielleicht Blüte oder so nein ich wollte noch in klein malen oh das hatten wir noch nicht that's the difference ich fang mal wieder mit meinen Lieblingsgegenständen an so so hm ja wir haben kein anderes Geschenkpapier auch die kleinen Geschenke werden damit verpackt so das ist nur so ein kleiner der Stand ist also abgeschnitten guck mal das da guckt er nur so ein bisschen drauf da gibst du dir auch noch Bücher die sind dann so eingepackt so da ist dann da oben der Stern so und das ganz wichtige eigentlich ist so ernsthaft ja das ist das ist das ist das ist das ist hier da das ist creative das ist das ist creative ach so und das aber der unterscheidet sich vom Tannenbaum dadurch dass da Geschenke drunter liegen ja ja das möchte ich bitte gerne gewürdigt haben ja ja das möchte ich bitte gerne gewürdigt haben oh jetzt ist der schon gleich wieder fertig ja aber wir haben jetzt auch 37 Minuten ist wieder alles blau ja achso äh ach ne ja ne 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 krass Nee, nee, was wir noch nicht hatten, oder? Troll uns natürlich. Gut, damit wir auch rechnen können. Nee, nee, das hatten wir noch nicht. Ah. Äh... Ach so, aah. Nee. Nicht? Oder, ähm... Ja! Welche Farbe hat denn das Gift zur... Wie, die Efters? Ist das einfach ein Kreis innerhalb von 60 Sekunden entstanden? Ich, ich... Ja, nee, ich sag da nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Ich sag nicht, wie meine Herleitung zu dem Begriff war. Du hast es erkrankt. Und ich musste nicht an Schafsböbeles denken. Nein, nein. Ähm, äh... Pass auf, ähm... Guck mal, da gibt's... Klein, braun, sieht aus wie Kacke, ich mag's nicht. Oh, nee, das darf ich nicht schreiben, sorry. Ah, so. Damit habe ich... Aber... Gewonnen! Aber knapp, du! Wuh! Und ich, obwohl Luisa nachgeschaut ist, bin ich trotzdem noch schlechter. Geil. Ansonsten hätte ich gewonnen. Das ist jetzt aber eine steile Theorie. Ich hab das erste Mal Scribble-Yo gewonnen, ich freu mich gerade. So... So wie Chris bei, äh... Move or Die. Ja. Ich hab Move or Die gewonnen, was? Ich hab Scribble-Yo gewonnen, Julian. So, oh my goodness. Oh mein Gott, ich freu mich. Ja, dann, äh... Oh my good, man. Ja. Also, entgegensetzendes Chaos ist hier, äh... Euch allen besinnliches Weihnachtsfest, äh... Ja. Das stimmt, das ist ja Weihnachten, ne? Frohes Fest. Frohes Fest. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Erholen euch gut. Habt schöne Tage mit der Familie. Und... Falt nicht hin. Und sauft nicht zu viel, wenn ihr ab 18, also wenn ihr über 18 seid. Und wenn ihr unter 18 seid, erst recht nicht. Genau. Ja. Es ist immer... Es ist always a good idea. Ja. Und habt ganz viel Spaß. Und lasst euch beschenken. Und beschenkt andere. Und esst schön. Ja. Und verbringt viel Zeit mit der Familie. Und, äh... Macht einfach alles das... Was ihr sonst nicht macht. Nicht, was wir tun würden. Genau. Genau. Das stimmt. Das ist immer ne... Also nicht versuchen mit den Servern abends Kribbelio zu spielen. Genau, das funktioniert nicht. Da seht ihr, dass das alles... Das tötet Menschen. Das tötet Menschen! Das tötet Menschen! Dann, äh... Wir haben noch Lama-Dinger. Tschüss! Tschüss! Tschüss!